Hallo und herzlich willkommen zu meinem Adventskalendertürchen und zwar vorab, weil ich es im Let's Day nicht geschafft habe zu kommentieren. Ihr könnt Worms Revolution bei mir gewinnen und zwar hätte ich gerne als Bewerbung einen Kommentar mit einem schönen Weihnachtsgedicht. Und ich werde das dann am dritten um 14, 15 Uhr auslosen. Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde vor Arena. Hier zusammen mit der, fangen wir die Frau an, mit der Sunny. Ja, Hallöchen. Den Amblaze. Hallo. Und den Framme. Hallo. Das wird übrigens mein Adventskalender-Video. Hallo. Ich bin mit dem zweiten Türchen dran. Bei uns nicht. Fall Arena sagt euch was. Wir müssen, wir haben ein bisschen Ausrüstung. Wir müssen fünf Fights hintereinander gewinnen. Oder, beziehungsweise insgesamt gewinnen. Ähm. Ja. Ich hätte gern wieder Tränke. Vollfies. Gibt's in dieser Runde nicht, ne? Ne. Hier gibt's nur... Vollfies! Waffen und so ein Zeug. Mhm. Wir machen das mal so. Mach es. Du es. Du es. So. Und wir, ja. Es ist halt so, dass wir uns immer in jeder Runde was aussuchen müssen. Drück den Button. Und dann, äh... Hab ich gedrückt. Und dann können wir gewinnen. Oder auch nicht. Und dann kämpfen wir alle vier gegeneinander jetzt gleichzeitig. Und, äh... Genau. Muss ich die Ressourcen einteilen. Vielleicht ist er einen Bogen geholt. Okay. Wer am Ende am... Als Setzer noch übrig bleibt, der hat gewonnen. Genau. Und dann muss man halt fünfmal gewinnen, um dann endgültig zu... Naaah. ... zu gewinnen. Kommt er von hinten. Ein Ninja. Boah. So. Ach, Raza. Du von hinten anschleiche, du. Du stinkst doch. Wo ist denn jetzt der? Ach, der hat ein Diamantschwert. Genau. Ja. Ich kann die erste Mal mit dir anschauen. Bist du denn? Ja, ich bin... Wieso hab ich keine Sounds eigentlich? Ragequid hab ich gemacht. Wieso hab ich denn keine Sounds? Kann mir das mal jemand verraten? Keine Ahnung. Weiß nicht. Wo ist jetzt der Frammer? Da ist er. Äh. Stell weg. Wo bist du denn? Bleib doch jetzt hier. Du hast eh keine Chance. Was willst du denn jetzt noch? Na doch. Ich gewinn das noch. Irgendwie. Ja, tu es. Du es. Es findet jetzt noch eine geheime Truhe. Hau ihm ins Gesicht. Hau ihm ins Gesicht. Da. Ja, ja, ja. Komm, Frame. Du packst das. Sag mal, warum ich keinen Sound habe. Genau. Crit in, crit in, crit in. Yes. Warum hab ich keinen Sound? GG. Wieso hab ich keinen Sound? Das kann ich dir nicht sagen. Weg, der Sound. Eigenartig. Eigenartig. Nee, eigenartig. Versuchen wir mal das hier. Was fehlt denn noch? Ein Helm. Rüstung wird überbewertet. Fertig. Er ist fertig. Mit den Nerven. Ja, das aber. Nee, heute bin ich richtig gechelt. Options. Musik. Master Volume ist offener, klar. Oh, ja, das ist bitter. Ja, aber warum? Irgendwie ist es auch so ruhig bei mir gerade. Lü, tü, 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 tü. Der Weisermund hat einen Bogen. Saubert sogar. So ne Sau. Achso, nee, das ist... Kann er nur. Oh ja. Puh, puh, puh. Wie viel hattest du noch? Äh, ich glaube ich hatte noch sieben oder sechs Herzen. Noob, 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 noob. Oh, nee, da, nee. Verdammt. Zu spät gesehen. Noob, noob. Noob, noob, noob. Ah, da hinten. Na, ne schöne App. Ah, ich muss mich gerade konzentrieren. Konzentrieren ist hier nicht. Ah, da ist er. Oh, das... Oh, nein. Yes. Wie viel hat es noch am Ende? Äh, ich glaube über die Hälfte. Okay. Boah, was ist denn das gerade für eine langweilige Musik hier bei mir? Besser. Bei mir läuft gar nichts. Äh, Party. Party. Ich glaube, es ist nicht so meine Runde hier gerade. Okay. Machen wir wieder eine sogenannte Iolo-Runde. Okay. Das heißt, ich hau euch mit der Faust zu Brei. Der Faust, das muss ja nicht so viel. Da gibt es genug Schwerte. Aber ich, weißt du, ich hau euch mit der Faust zu Brei. Machen wir erst mal selbst Schaden. Ah, ja, ist klar. Komm, geh doch weg. Oh, wo gehst du denn hier hin? In den Tod. Hauskämpfer Herbler ist. Ich schließe hier eigentlich. Aha. Aua. Ah, Mist. Da habe ich mich jetzt nicht treffen lassen. Tü, 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 tü. Tü, 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 tü. Weißt du, auf damit. Pfui. Böses Frame. Aua. Pfuh. Boah. Und die Sunny hat sich wieder versteckt in der Zeit. Ja. Weißt du, eigentlich, eigentlich hat es die Sunny gerade richtig gemacht, ne? Hat bis zum Schluss gewartet, um abzustauben. Ja, das ist auch eine Taktik. Ach, Sunny hat abgestaubt. Hm, die staubt gleich ab. Achso, ich dachte schon. Hätte ich den Kill jetzt nicht bekommen, das wäre ein bisschen ärgerlich. Es geht nicht darum, wie viele Kills man hat, sondern dass man die Hohne gönnt. Ja, klar, klar. Trotzdem. Aber warum ist die Musik nicht auf 100%? Was ist denn hier für eine scheiße Einstellung hier? Mann, Mann. Geht einfach mal die Musik an jetzt hier. Sunny hat bessere Rüstung als ich. Aber sie rennt weg, oder? Ne. Ne, Frame, der rennt weg. Frame ist auch nicht weg wie so ein Weichkäse. Bogenkampf, yay. Könntest du das bitte lassen, wenn ich gerade an der Flasche hänge? Was denn? Das mit dem Weichkäse? Ja. War das dann so lustig? Ich kann ja nicht zu, wenn du alle hier an der Flasche hängst, ey. Wieso? Das ist unalkoholisch. Nein, im Weizen ist es auch Alkohol. Das ist kein Weizen. Das ist ein Grundnahrungsmittel. Ah ja, siehst du, muss ich es doch. Sag mal, werdet ihr auch mal fertig hier? Auf der Einstellung treffen sie sich ewig nicht. Und wenn sie sich treffen, können sie sich danach verziehen, bis sie wieder ranken können. Völlig blöd, sie nicht, was sie gerade machen. Tilda, 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 Tata, Tata, Tata. Suni, Suni, Suni. Frame, Frame. Nee, Frame war schon ein Punkt. Suni bauen Punkt. Suni, Suni. Frame braucht einen zweiten, dass ich ihn dann schlachten kann. Genau. Komm ich nicht mal raus. Ja, so ein Wasser ist doch schon tief, ne? Eine stille Masse sind tief, oder wie war das? Jetzt geht es los. Jetzt geht es aber ab hier. Verstecken sie sich dahinter, damit ich ja nichts filmen kann. Oh, oh, oh. Oh. Aua, ich wurde wieder weggedrückt. Oh, oh, oh. Warst du da dran? Äh, ja eigentlich ja nie, ne? Push the button. Ich pushe, ich pushe den button. Der Rasa hat noch nicht gepusht. Das sehe ich, er ist noch nicht grün. Jetzt hat er gepusht. Noch nicht grün? Ich bin ja ganz schön grün. Im Gesicht, oder wie? Ja. Je. Wieso ist ja eigentlich meine Lauftaste falsch belegt? Alles ist hier falsch, kein Wunder, dass ich hier nicht spielen kann. Jaja, schieb's auf die Tastaturbelegung. Der schiebt es wieder auf die Tasten. Ja, irgendwie sind alle Entstellungen gerade anders, als ich das normalerweise habe. Vielleicht mal umstellen. Irgendwann versteckt ihr euch jetzt alle, oder wie? Nö. Alle am shiften? Bläh, äh, Alex leckt vor sich hin hier. Nö, ich meine, Tastatur wäre nicht so. Ich stand gerade fast in dir und konnte ich nicht, äh, konnte ich nicht, ähm, hauen. Boah, hattest du viel Rüstung. Uiuiui. Scheiße. Ich bin PvP-Noob. Üben, 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 üben. Deswegen spiel ich ja gerade Blaze. Diesengegen spiel dich gerade. Jetzt verlierst du Blaze, weil du ihn nicht, ähm, ich meine, das Abschaubere von hinten, ey. Das sagst du, der mich in der ersten Runde von hinten gekillt hat, ne? Das ist aber kein Abschaubere, ich hab dich ganz regulär getötet. Von hinten. So, Controls. Ähm, wo ist es denn jetzt? Wo ist denn die Run-Option? Verschreckt mich. Yes. Yes. Das war gut. So, was nehmen wir denn mit? Was nehmen wir denn mit? Was nehmen wir denn mit? Ähm, nochmal Options, Controls. Wo ist denn Run, bitteschön? Run, baby, run. Das ist Sprint, direkt, der, das wird bei Gameplay schon. Sprint, achso, da. So, und das legen wir auch richtig, dass das so. Und das Inventar legen wir wieder auf I, dann passt auch alles wieder. Danke. Bitte. Ich hab das von mir eigentlich auf der Maus gesagt, ich komm irgendwie nie drauf. Ah. Ach, ja, geht auch weg. Um so ein bisschen Bogenspiel ist doch auch was Schönes. Da kann der machen. Piu, trifft der, trifft der? Puh, der war knapp. Irgendwann war noch Blase, ne? No, for him. Ninja. Ninja, ja, hab ich grad mit, ich soll, ich soll den Bogen heute weglassen. Ja, du darfst halt nicht nur auf mich ziehen, du musst auf die anderen auch gucken, wo den Bogen hast. Ich wollte mich grad umdrehen und da kam schon der erste Schlag ins Gesicht. Ist halt vor, Rina, und nicht one versus one. Ja, ich weiß. Mach den Frame tot, mach den Frame tot, er hat's verdient. Nee, nee, bitte nicht, bitte nicht, das fände ich jetzt nicht so gut. Bitte nicht. Ich werde eigentlich den Frame mitspielen lassen, das geht doch gar nicht. Ich war's, ich war's. Saniert ein Tierschwert, okay. Ah, nee. Oh ja, da kommt Sunny, ne? Die beschäftigt wohl schon ziemlich mal. Genau. Sunny kommt zum Abstand, da kann ich gehen. Hätte ja den Frame fertig gemacht, wenn Sunny jetzt nicht gekommen wäre, aber nee, die muss ja... Ich komme halt wieder nicht auf Doppel-W. Ich auch nicht. Nee, deswegen hab ich's ja auf Einzeltasten gelegt. Eins? Auf Einzeltasten, ich hab's auf E, das Laufen. Okay. Oh, nee, nee, das überlebe ich nicht mehr lang. Help! Help! Nee, das machst du jetzt mit dir alleine aus. Raza, hilf mir! Okay. Oh, Raza, du... Oh Gott. Na, wo hast du denn jetzt hingeschlagen, Raza? Was denn? Ich hab's noch nicht fertig gemacht. Ich hab's noch nicht fertig gemacht. Ohne, dass ich mich erwischt hat. Das ist das Wichtigste, damit ich mich voll bin für den Frame. Wo ist denn hingeraden eigentlich schon wieder? Die ist so dunkle in der Mitte, das Map, in der Map. Ja, das ist die Aufnahme absolut Kacker. Ja, deswegen geh ich da jetzt raus. So, Frame, komm her jetzt. Hm, ja, ja, ich reik kurz. Ja, ja, ne, ich komm gleich. Ja, vielleicht. Ich bin voll, du auch? Nee. Ich hab'n paar Diamant-Schwert-Schläge abbekommen. Ja, ich auch vorher. Ich bin hier weggegelaufen, als das alles auf dich gegangen ist. Wo bist du denn jetzt? Zeig dich wenigstens. Ich lass dich ja rein. Ja, ich bin in der Mitte. So, und voll. Biss denn nicht. Zur Mitte guck ich die ganze Zeit. Ja, ja, ja. Ich hab Angst, da hinten bist du. Ganz aus der anderen Seite. Lass uns da links treffen, komm da rüber. Ja, okay, komm. Ist aber rechts bei mir, ne? Ja, ja, bei dir ist es rechts, genau. Willst du jetzt da oben? Lass fliegen. Komm runter, du. Honk. Weiß nicht, wie dass du den ersten Schlag gritten kannst? Nein, ich glaub das war echt knapp. Ich glaub ich hatte nur noch ein halbes Herz, so ein ganzes. Super. Warum spiele ich auch mal mit euch? Ja, das ist äh. Push the button. Ich hab bis jetzt noch 0 gewonnen. Geht doch nicht. Geht doch nicht sowas. Bram, die nächste Runde gehört mir, ne? Ja. Ich wollte nur 3-3 haben. Ja, genau. Warte mal, muss man 3 oder 4 gewinnen? 5. Oh, okay. Ups. Ich hab alles jetzt mitgenommen, was ich hab. Nein. Das ist gut, oder auch nicht halt, ne? Du kannst gar nichts mehr haben, Drayce, du kannst kein Leben mehr haben. Boah. 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 Boah Spam gemacht, oder was? Boah Spam gemacht, oder was? Ja, musste ich. Eigentlich war so zittrig, ey. Boah Spam Noob. 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 Jetzt rennt er wieder weg, anstatt dass er sich feststellt, rennt er weg, bis er wieder gerekt ist. Boah, dieses wegschubsen ab und zu, ich möchte doch nur zuschauen und abfilmen. Lass uns nicht so mal rangehen. Oh na, ne? Drei Kilometer über euch. Mach dir wieder Boast bei mir. Oh, ich treffe aber wieder nicht. Also bei mir hast du dich getroffen? Ja, einmal oder zweimal, danach nicht mehr. Komm, ich zeig doch mal auf ey. Boah, ich hasse Boast bei mir, ich hasse sie. Das sollte verboten werden. Hört mit dazu. Du bist ein Igel. Ein kleiner Indianer, der lief hier durch die Map. Ich kann auch wegrennen, Frame. Ja, und ich kann nicht treffen. Ey. Ey, ihr habt ja noch zweieinhalb Minuten Zeit. Was denn, wenn wir die Zeit ganz ablaufen lassen? Dann kriegt gar keiner einen Punkt. Ist natürlich mit der Ausrüstung dann scheiße, ne? Die ist schon weg. Wird dir verschenkt. Bin gleich wieder voll, Frame. Noch zwei Herzen. Ja, ist ja gut. Bei der Zeit. Ey. Jetzt dauert es ein bisschen länger. Der schlägt hier Haken wie ein Hase. Ich treffe... Ja, einmal. Genau. Boast ihn. Boast ihn. Dann würde ich wieder wegkommen, genau. Wenn schon nichts fertig sein können, hättest du dich am Anfang so abgehauen, oder? Ja, sorry. Also ich da unten hatte Angst um mein Leben. Ja, aber was machst du gerade, Ross? Ich mach das wieder ausgeglichen jetzt. Dass wir beide abgehauen sind. Jetzt hab ich dich aus den Augen verloren. Ach, bist du schlecht, Frame. Was ist denn los? Ich aber auch gerade. Da hinten ist alles. Ganz da hinten? Wie bist du da eigentlich los? Ja, Geheimgänge und so, ne? Ne, jetzt aufzuschießen. Okay. Jetzt aufzuschießen. Geht's hier unten hin. Komm runter. Komm, hier ist schön dunkel hier unten. Da geh ich aber jetzt nicht mit. Hier. Hat fast funktioniert. Ich sag ja, wie zwei Carnickel, ne? Wie zwei Carnickel. Ich hasse Infinity Bowls. Oh, ich hab doch nicht meinen Laufback gerade. Das ist ja sehr schön. Oh, ne. Lass mich doch. Ja. Oh. Wie viel hattest du noch? Ja, ich hab nicht mehr geguckt. Oh, Mann. Ja, super. Jetzt ist es vorbei. Ja, jetzt weiß ich nichts mehr. Dann gewinnt der Blaze. Hm, nicht wirklich. So viel Zeug habe ich auch nicht mehr. Ja. Push that button. Oh, Spam ist total scheiße. Ich hab null, ey. Null ist total geil. Das ist richtig gut halt, ne? Das ist nicht so ganz meine Runde. Ja. Hinten läuft ein Igel. Ich glaub, das ist Wasser. Blaze hat nen Bogen und dann geh ich weg. Tschüss Blaze. Tschüss. Ah. Da kommt was an mir vorbeigerannt. Oh, ne. Geh mal zum Blaze. Nope, nope, nope. Fail from my place. Boah, und dann macht er so einen Scheiß. Weil gegen mich kämpfst er so hart und dann fällt er von einem hohen Punkt einfach runter. Ja, Blaze hat mich runtergeboostet. Ach, ist der Holzblock schön. Ich sehe deinen Namen ist der Holzblock und chille gerade hier. Fehlt noch ein Herz, ich komme gleich wieder raus. Oh, jetzt bewegt er sich. Soll ich mal jetzt hier Cinematic. Der Name bewegt sich. Ah, steht auf einem neuen Punkt. Guck mal. Au. 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 Treffer versenkt. Der wilde Creeper mit dem Bogen. Ach, der schießt ja schon wieder. Au. Boah. Bist du denn verrückt? Jep. Mann, 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 Mann. Ich hasse den Bogen. Warum gibt's hier auch nen Bogen bei dem Spiel? Warum gibt's hier noch ne Angel, die nix mehr bringt? Doch, klar bringt die was und dann kannst du Kombonen. Ja. Ich hab's ein paar Mal versucht, ich glaub einmal nur geschafft. Ich kann's auch nicht, deswegen lass ich's immer. Ja, aber ab der 1.8 kann man keinen Schaden mehr mit der Angel machen. Darum geht's noch nix. Wir haben einen Kombonen. Ja. Du schlägst den Gegner so weit zurück, dass du ihn danach zweimal schlagen kannst. Der will ich keinen machen. Aber das muss dann Perfekt heimen. Das ist schwer. Ja. Ach, ein Dias steht da auch noch dabei. Schön. Nein. Nice. Ja. Wann. Hat überhaupt noch jemand irgendwas jetzt an Ausrüstung? Ja, ja. Echt? So langsam wird's eng, oder? Mann, 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 Mann. Ja, das ist das Problem unten und nicht hauen und... Ah, ja. Ja, unten bist du eigentlich besser als oben, oder? Nee, teilweise nicht. Teilweise nicht. Wacht da. Wie du da rumrollst. Deiner Basis. Wär ich? Ja. Ja. Er hat nen Bogen und Lederrüstung noch, okay. Ja, und mehr Rüstung. Ich hab mir noch ein bisschen Rüstung aufgespart. Ja, ich nicht. Ich dachte echt, nach vier Runden hab ich gewonnen. Ja, es ist ein bisschen lame, was ich auch gerade gemacht hab. Oh. Fuh, drei Herzen. Wirklich. Oh Gott, ich bin so schlecht. Wirklich. 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 Hau ihn. 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 Nicht runterfallen. Hau ihn. Was ist denn jetzt? Die Sunny ist weg. Wo ist denn der Framer eigentlich? Der versteckt sich. Tot. Tot. Nein, er ist wirklich tot. Nur Blaze ist tot. Es ist rot angezeigt, du Hamster. Hamster. Lalalalalala. 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 Lalalala. Machen wir eigentlich Versteckspiele hier oder was machen wir? Ja, natürlich. Also ich hab mich nicht versteckt, aber egal. Die Map ist aber auch unübersichtlicher. Du warst einfach nur blind. Ein Schlag noch, dann wär ich tot gewesen, wenn du mich noch... Hier schiebst du alles auf die Augenprobleme. Wenn du mal gesehen hättest. Die hab ich nicht gesehen. So. Das hat jetzt keiner gesehen. Da kommt der Framme. Da läuft er weg. Ich hab grad keine Herstellung. Ich hab eh keine Rüstung. Kämpft wie ein Mann. Mann oder Maus? Das hat mich grad nur ein bisschen getroffen. Ich muss erst mal weg. Frame den Mann, raser die Maus. Bin gleich wieder voll. Nö. Was ist denn los? Framme. Wenn du jetzt nicht gewinnst, Frame, dann weiß ich auch nicht. Weil dann geht das Spiel noch ne Runde. Nö, ist doch gut. Nö, ich... Ja, aber dann wird's Wincent's Chancen gleich, weil dann... Nein! Ich hab' dich nicht gesehen, verdammt! Oh, da hab ich dich noch weggekommen. Boah, ich hab' fünf Kills. Nicht schlecht! Ja, bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Tschüss!